bei autofahren prinzipiell mag ich es eh nicht so weil das immer ein bisschen so weil letztendlich geht es ja hier darum dass du in die häuser reingehst und so sachen suchst wenn du noch was brauchst auch also dann ist ja immer blöd da muss ich jetzt mal wieder aussteigen und jetzt haben wir eine neue waffe doch immer für ein ding das ist hier erblacks echt eine waffe 2 darf da nicht wahr sein um den habe ich erwischt und alle hat ihn erschossen gibt er noch das war geil wolf eric servus hoff der lebt nicht mehr hoff der hat ihn erwischt das war eine coole sache